Liebe Schwestern und Brüder, eine Auslegung dieses Evangeliums kann keinen Anspruch erheben auf die Frage, wie nur können wir den Weg Jesu gehen. Aber vielleicht hat sie den Anspruch, Hinweise zu geben, aufzuweisen, wo vielleicht der nächste Hinweis auf dem Weg ist, der nächste Pfeil auf dem Weg meines Lebens, der mir die Richtung weist. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg. Es geht also um seine Weise, den Lebensweg zu gehen. Das Ziel, daraus macht er keinen Hehl, das Ziel ist das Haus des Vaters, also dort, wo wir ganz mit Gott verbunden sind, ohne Einschränkung, ohne Grenzen, ohne Bedingungen. Und dort, in diesem Haus, so seine Verheißung, hat es Wohnungen, ausreichend viele für jeden und jede von uns eine. Nachfolge Jesu, also Glauben in der Spur Jesu von Nazareth, ist ein Weg. Ein Weg, auf dem wir uns, Jesu Weise zu leben, zum Vorbild nehmen. Wir ahmen ihn nach. Die spirituelle Tradition sagt dazu, imitatio Christi. Wir imitieren Christus im eigenen Leben. Indem wir ihn als Weg erkennen und ihn imitieren, wollen wir ihm und seiner Weise zu leben immer ähnlicher werden. Wir glauben an Gott, der im Heiligen Geist durch Christus, den Mensch Gewordenen, uns zum Vater führt. Ihn nachahmen bedeutet, genau das zu glauben, also genau in diese Richtung, den Weg zu gehen. Und aus dem Glauben zu leben, bedeutet dann vielleicht, Schritt für Schritt geduldig auf ihn schauen, nachahmen, ausprobieren, abwägen, damit etwas von Christus in uns wachsen kann. Das bedeutet aber auch Trial and Error, Versuch und Irrtum. Schwestern und Brüder, das wäre vielleicht ein erster Schritt, Jesus als Weg annehmen. Also die Entscheidung zum Ja zu Christus. Ein zweites. Bei Taufe, Erstkommunion, Firmung und in der Osternacht setzt die Kirche vor das Glaubensbekenntnis im Ritus die Frage, widersagst du dem Bösen, damit es nicht Macht über dich gewinnt. Widersagst du, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können. Das bedeutet, wir können nicht zwei Wege gehen. Wir müssen uns entscheiden, wen oder was wir nachahmen. Es geht eben nicht um nachäffen, es geht um imitieren. Gerade beim Widersagen ist es wichtig zu erkennen, wie scheinbar harmlos sich das Böse seinen Raum schafft. Es gilt zu unterscheiden, ob die Macht zugunsten der Liebe zu den Menschen gelebt wird oder zugunsten des eigenen Ego, Macht zur Machterhaltung. Schwestern und Brüder, ich sage das ganz bewusst, heute und in dieser Zeit, wo Verschwörungstheoretiker und Radikalisierungen und Nationalisierungen in unsere Gesellschaft und um uns herum fröhliche Urstände feiern, wo sie wie Pilze aus dem Boden schießen, diese Verschwörungstheorien angesichts eines gefährlichen, nein, eines tödlichen Virus, der den Menschen und die Menschheit anfeindet. Da ist es nicht richtig, zur eigenen Machterhaltung Verschwörungstheorien in die Welt zu bringen. Wer zu Christus und seinem Weg Ja sagt, der sagt Nein zum Bösen. Der sagt Nein zu allen Kräften und zu der Macht, die nur Machterhaltung will, nur das eigene Ego stärkt und nicht den Nächsten, nicht das Gegenüber, nicht die Liebe und die Hingabe ins Zentrum stellt. Ein zweiter Schritt ist also wichtig, Jesus als den Weg anzunehmen in der Entscheidung, Nein zum Bösen. Ein drittes. Euer Herz, lasst es sich nicht verwirren, sagt Jesus und diese Ermutigung durchzieht das ganze Evangelium. Aber natürlich am Anfang ist es in eine heillose Verwirrtheit hineingesprochen. Ist es doch auch leicht gesagt, wo Jüngerinnen und Jünger alles in ihrem Leben auf die Karte Jesu gesetzt haben und nun spricht er davon zu sterben, dass sie ihm den Garaus machen werden und dass sie darin etwas finden werden. Dass das nicht leicht zu verstehen ist, dass das vielleicht mit dem Kopf gar niemals zu verstehen ist, ist vielleicht Realität. Die Jünger sind fokussiert auf diese Todesbotschaft. Angst befällt sie. Angst, Jesus und dieses Leben, auf das sie alles gesetzt haben, zu verlieren. Angst, bald ohne diesen Jesus zu sein, ohne ihn gehen zu müssen, ohne den, der doch immer wusste, wo es lang geht, wo der nächste Pfeil auf dem Weg des Lebens ist. Und in ihrer Angst vor der Einsamkeit verlieren sie den Blick für alles andere. Das ist so typisch, Schwestern und Brüder, für die Angst. In der Angst, da können wir uns verlieren. In der Angst, da schalten wir alles aus. In der Angst, da werden wir sogar irreal. Da glauben wir plötzlich Dinge, die jeglicher Realität sonst entbehren. Und ihre Angst verselbstständigt sich bei den Jüngern. Dort hinein ermutigt Jesus, euer Herz, lass sich nicht verwirren. Glaubt an mich, glaubt an Gott, geht den Weg im Vertrauen auf mich, im Vertrauen auf den Vater, denn dort, wo ich bin, ist der Vater. Der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Und so erleben die Jünger nicht nur, wie schon die drei Jahre zuvor, zu leben, wie Jesus lebt und jeden Tag zu gestalten, wie Jesus ihn gestaltet, im Blick auf ihn, die Beziehungen zu leben, von ihm die Liebe und die Hingabe zu lernen, sondern jetzt kommt ein entscheidender Punkt hinzu, eine Lektion, die sie bisher noch nicht lernen mussten oder der sie sich vielleicht noch entziehen konnten. Denn die Jünger erleben auch, wie Jesus stirbt und woher er die Kraft zum Sterben nimmt. Schwestern und Brüder, Leben bedeutet ja immer auch Sterben in dieser Welt. Also Sterben gehört zum Leben. Das ist ja auch etwas, was wir in dieser Zeit der Corona-Pandemie immer wieder so vor Augen gehalten bekommen, in fürchterlicher Art und Weise, dass Menschen plötzlich überfallen werden vom Sterben. Aber letztlich ist Sterben die Zukunft, die uns alle ereilt. Mit jedem Atemzug bewegen wir uns Gott entgegen, aber auch unserem Sterben. Und nun zeigt sich Jesus als der Sterbende. Schwestern und Brüder, dieses Evangelium ist ein Sterbebegleitungsevangelium. Und wie es häufig so ist, tröstet der, der stirbt, der, der diesen letzten irdischen Weg geht, die umherstehenden. und er gibt Hoffnung denen, die um ihn weinen, die, die in Angst gefangen sind. Und vielleicht hört sich das nun alles wenig sympathisch, geschweige denn erbaulich, am Sonntag, am Tag des Herrn an. Aber vielleicht haben wir auch ein ziemlich eingeschränktes Bild von dem, was zum Beispiel unser Gottesdienst im Namen Jesu Christi bedeutet. Wer im Sonntagsgottesdienst nichts als eine Unterrichtsstunde, wer im Sonntagsgottesdienst nichts als eine Belehrung oder eine Kulturveranstaltung zur persönlichen Erbauung sucht, der wird enttäuscht werden. Den Glauben feiern in der Spur Jesu von Nazareth des Christus Gottes, des Messias heißt, ihn als Weg anzunehmen. Seine Wahrheit, auch die schmerzhafte Wahrheit, als Wahrheit zum Leben, zum Leben in Fülle, zum ewigen Leben anzunehmen. Nein, Gottesdienst zu feiern heißt sogar, seinen Weg, seine Wahrheit, sein Leben zu verehren. Alles in unseren Gottesdiensten, was wir ja momentan auch entbehren, weil wir nicht in unseren Gotteshäusern sind, verweist auf ihn. Jedes Symbol, das Kreuz, das Weihwasser, der Altar, das Evangeliar, der Tabernakel, der Taufstein. Und in diesen Symbolen verehren wir ihn, seinen Weg, verehren wir seine Wahrheit, verehren wir das Leben, das unser aller Zukunft ist. Wir verneigen uns also nicht vor dem Symbol als Gegenstand, nein, wir verneigen uns vor der Hingabe Jesu aus Liebe. Wir knien nicht vor einem Symbol als Gegenstand, nein, wir knien und bekennen die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wir küssen nicht ein Symbol als Gegenstand und bringen ihm Verehrung, nein, wir nähern uns behutsam und verehren die Art und Weise Gottes, uns zu lieben, uns entgegen zu kommen. Wir beten keine Symbole an. Wir beten mit Hilfe der Symbole zu der Wahrheit, die sie ausdrücken, die sie zu beschreiben suchen, die sie zu Vergegenwärtigen versuchen und alles gipfelt für uns im Sakrament der Eucharistie, in diesen Symbolen von Brot und Wein, die für uns mehr sind als Symbole, weil wir sein Testament erfüllen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nehmt dieses Brot an als meinen Leib, nehmt diesen Wein an als mein Blut, das ab sofort durch eure Adern fließt. Jesus Christus aufnehmen, sich mit ihm leibhaft verbinden. Schwestern und Brüder, das heißt nicht, dass wir uns aufgeben, sondern das ist die tiefste Imitatio Christi. Beten wir, wir, dass wir in den kleinen Dingen des Alltags, in jedem Schritt, den wir gehen können, Christus nachfolgen. Dass wir seine Liebe zur Welt bringen, an dem Ort, an den Gott uns hingestellt hat. Und dass wir dann, wenn wir zusammenkommen und miteinander Gottesdienst feiern, dass wir all diese Erfahrungen mit hineinnehmen, in diesen Dienst an Gott und diesen Dienst Gottes an uns. Dass wir uns gegenseitig stärken und uns von Gott stärken und senden lassen, die Wege des Lebens, zu denen das Sterben gehört, gehen zu können. Amen. Amen.